Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am 21. Februar. Ich grüße euch ganz herzlich und hoffe, ihr seid gut in die Woche gekommen. Wir feiern den Dienstag und wollen mal sehen, was der Tag so bringt. Heute, wie gesagt, JFD-Devisenradar mit gleich zwei Paaren im Fokus. Wie immer auch hier, jetzt dann auch konsequenterweise der Risk is Climber. Ihr wisst, dass ihr das natürlich alles auf eine Selbstverantwortung tragt und hier wir sozusagen natürlich keine konkreten Handelsempfehlungen geben. Jeder muss wissen, wie er vorgeht und auch insbesondere hier wissen, mit wem er handelt. Und ihr wisst, JFD Brokers ist hier Programm. Der Name steht für das, was wir tun und insofern wollen wir uns jetzt gleich mal dem Markt widmen. Wir haben Euro-Britisch-Fund und Australien oder Neuseeland oder im Fokus, zuletzt der Euro gegenüber dem Britischen Fund. Wir gehen mal hier in den Tagesschart mit der Möglichkeit, eine Unterstützung aufzugeben. Und das ist etwas, was ich ja technisch als klassischen Fake-Out bezeichne. Wir haben hier diese Unterstützung gebrochen. Das mit einer starken Kerze und einem Klaus nahe Tagestief am 13. Februar. Letztlich am Folgetag gab es ein Stück weit Tauziehen. Wir sehen auch diesen großen Docht dieser Kerze, also hier ein Stück weit hektische Bewegung. Aber der Markt machte keine signifikanten neuen Tiefs. Seitdem ging es nach oben raus, kurzfristiger Abwärtstrend gebrochen und hocherlei her. Es kam aber auch kein weiterer Aufwärtsdruck. Trotz dieses Bruchs der Trendlinie, trotz der Verteidigung der Unterstützung, dümpelt der Euro gegenüber dem britischen Fund jetzt mehr oder weniger seitwärts. Also auf Tagesbasis bezogen haben wir hier eine Range aktuell etabliert, die sich hier relativ zwanglos definieren lässt. Hier im Bereich 0,8475, 0,8470. Unterseite, hier klare Oberseite 0,8680 etwa. Und das ist wie gesagt hier ein Level, wo man darauf achten muss, dass es hier pingpongartig hin und her gehen könnte. Für heute allerdings nicht uninteressant. Haben wir beim Euro gegenüber dem britischen Fund auch ein interessantes Pattern nach der Fuzi-Vektor-Logik. Und das will ich euch nicht vorenthalten. Gleiches auch beim Austral-Dollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar, der sozusagen hier auch mit einem Pattern daherkommt. Heute beim Euro gegenüber dem britischen Fund ein bullischer Bias. Wir sehen 566 Erscheinungen. Das ist ein Brett. Das ist sehr, sehr viel. Trefferquote 64,3 ist auch ansehnlich. Und wir haben hier eine Erwartung in Richtung 0,8575 im Schnitt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, wie ich finde. Und insofern wollen wir mal sehen, ob es denn hier tatsächlich gelingt. Wir haben ja hier noch einige Pips sozusagen zu erwarten. Sie sehen, die Kerze ist noch relativ übersichtlich. Das Währungspaar selber bewegt sich im Schnitt auch nicht so viel. War noch nie so mega volatil, obgleich hier einige Kerzen recht mächtig daherkommen. Im Schnitt haben wir hier eine Range, die ist so zwischen 50, 60 Pips anzusiedeln. Und aktuell sind wir 21 Pips gelaufen. Also nicht ganz 50 Prozent, aber ein Stück weit kann noch was gehen. Und wenn es jetzt hier auf den Tagesschart bezogen, lassen wir das mal drin für den Stundenschart, auf den Tagesschart bezogen jetzt dann eben weiter nach oben geht. Insbesondere wenn wir hier, und das ist schön auf den Tagesschart zu identifizieren, meine lieben Zuschauer. Wir haben hier diese Zone. Rot. Und wenn wir hier drüber gehen, per 0, also per Tagesschluss insbesondere über 0,8550, dann kann hier weiteres Momentum entstehen. Und das machen wir als Trigger direkt mal fix. Dann dürfte es hier in Richtung 0,8680 durchaus gehen können. Allerdings, und das bleibt immer, wie gesagt, ein Trigger-Level, da muss er hier rüber kommen. Ja, also über 0,8550, 0,8555 sollte er gehen. Dann sieht das ganz gut aus und dann kann der auf jeden Fall auch weiter performen auf der Oberseite. Und hat hierzu, meine lieben Zuschauer, wie ich es Ihnen kurz zeigen, auch positiven Rückenwind in Sachen der Saisonalität. Ansonsten, insbesondere negativ, wenn wir unter 0,8455 gehen, dann dürfte es sehr wahrscheinlich zu einem Test der Unterstützung bei 0,8350 kommen. Lässt sich also insofern aufgrund der Range relativ gut einfangen. Gehen wir jetzt mal in die Stunde. Weil wir haben ja einen Intraday-Pattern. Unlängst eben auch hier die Prognose nicht wirklich zugetroffen. Im Intraday-Chart. Das heißt natürlich, auch diese Pattern sind keine Garantie, dass irgendwas passiert. Um Gottes Willen, das wird es sowieso nie an den Märkten geben. Aber letztlich hier die statistische Tendenz. Was ist heute der Fall? Wir haben eine Abwärtstendenz. Der Pivot-Point ist deutlich weg. Und insofern, Sie wissen es, mit den positiven oder auch negativen Pattern der Fuzzi-Vektor-Logik ist es immer eine Prämisse, über den Pivot-Point anzusteigen, sozusagen über den Fingerabdruck des Vortages. Und wenn das nicht geschieht, dann hat der Biers ein Stück weit schief lag. Wir sehen auch aktuell, nach der letzten Stundenkerze, die recht gut daherkam, hier im Stunden-Chart-Intervall, aktuell wieder eine Schwäche. Wir haben auch einiges an News heute zu erwarten. Wir sehen heute hier im europäischen Raum sehr viele Daten, sehr viele Index-Daten, Einkaufsmanager-Index, hier durch die Bank weg. Dann haben wir auch noch British Pound, 10,30, Finanzierungsbedarf, nicht ganz so der Brüller, aber natürlich auch immer wieder ein Anlass für das britische Pfund, sich zu bewegen. Also heute auch ohnehin, wenn man hier nach unten scrollt, eine reichlich gesegnete Action. Gut, ansonsten Australien, da schauen wir uns, wie gesagt, beim Australien-Neuseeland-Dollar gleich mal genauer an. Grundsätzlich aber hier aktuell die Situation im Tagesschart zurück. Euro-Britisch Pfund ein Stück weit Schieflage, wird erst interessant. Und dann darf es eben in Richtung 0,85, 0,65, 0,55 gehen, wie das Pattern eben auch symbolisiert. Spekulativ könnte man jetzt auch schon einen Einstieg wagen, aber dafür fehlt im Prinzip die Klarheit. Aber das mal zur statistischen Tendenz. Oberhalb des Pivot-Points sieht es gut aus. Ansonsten kann gesagt werden, wenn wir das Support-Level 1 aufgeben, hier aus der Asia-Session raus, neue Tagestiefs machen, dann ist es sehr naheliegend, dass wir weitere Tiefs machen. Und dann kann es, Sie sehen es hier an der Hand der Pivot-Point-Projektion in Sachen Support-Level 3, sogar deutlich tiefer gehen in Richtung 0,84, 0,55. Und dann wären wir auch wieder auf dem Weg der Schwäche. Also es bleibt spannend. Heute, wie gesagt, auch noch ein intakter Abwehr zum Puls. Erst oberhalb des Pivot-Points können es bullisch werden. Ansonsten bleibt es eine leichte Schieflage. Das muss man ganz klar eingestehen. So, kommen wir mal zum Australien-Dollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar. Der sieht nämlich nicht uninteressant aus. Den hatten wir im letzten JFT-Devisenradar-Webinar auch gecovert. Hier mit einer möglichen Tendenz, wenn man den Blindlings hier einsteigen würde. Chance-Risiko-Verhältnisse eigentlich gar nicht schlecht, aber aktuell wesentlich besser. Deswegen schauen wir uns das mal hier genau an. Neben der Fuzzi-Vektor-Logik, die auch gleich noch dazukommt. Im Intraday-Bereich übrigens dann auch bärisch heute. Obwohl wir jetzt hier einen sehr bullischen Movement sehen. So, Chart gecleant. Aber um Ihnen das einfach mal zu zeigen, was wir da mit JFT-Devisenradar-Webinar so machen. Letztlich haben wir hier oben auf der Oberseite einen klaren Bias in Sache eines Widerstands. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Hier im Bereich 1,074 roundabout. 1,073,80. Diese Zone hier ist definitiv mehrfach bestätigter Widerstand. Sehr, sehr schön zu sehen. Und da laufen wir hin, meine lieben Zuschauer. Wenn der hier rausgeht, haben wir definitiv bullisches Momentum. Muss gesagt werden. Und die Saisonalität spricht hier eine klare Sprache. Schauen Sie, es geht kurzfristig nach oben raus. Und das bis Anfang März. Dann sehen wir eine mögliche Schwäche rein saisonal. Aber es könnte hier ein Ausbruch erfolgen. Es könnte hier ein positiver Bias zum Austral-Dollar einschwenken. Und das sehen wir ja ohnehin schon seit Ende. Gut, da hat sich hier der Boden gebildet Ende Januar. Aber hier seit Februar ein massives Aufkommen hier in Sachen Bias Austral-Dollar. Und wenn dieser Widerstand nach oben aufgebrochen würde, dann kann man sagen, kommt hier sicherlich rasch weiteres Momentum in Richtung 1,10. Andererseits, wer sich hier gern gegen den Trend stellt und auf eine Spekulation aufgrund der Verteidigung des Widerstandslevels spekuliert, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja relativ stark gelaufen sind die letzten Tage, kann man hier in diesem Bereich spekulativ ein Short-Engagement pflegen, welches hier in einer ersten Welle in Richtung 1,063 zurückführen sollte. Und wenn es denn für alle Shorties richtig gut kommt, wie man so schön sagt, dann könnte es auch noch mal wesentlich tiefer gehen. Man kann sich hier auch den Fibonacci-Verhältnissen bedienen, um sozusagen das Ganze besser einzugrenzen. Ich zeige es gleich mal. Sofern kein neues Hoch kommt, heute ansonsten immer wieder an dem letzten lokalen Hochpunkt anlegen, zum letzten Tiefpunkt oder einer starken Momentum-Bewegung. Ich gehe mal hier davon aus, dass wir dieses Widerstandslevel noch testen. Dann wären wir hier im Fibon-Bereich sozusagen bei einer ersten Abwertungswelle, bei einer zweiten Abwertungswelle genau hier am 61er Level. Und das hätte hier Grund genug zur Annahme, dass der Markt dann auch wieder nach oben drehen könnte. So mal dazu. Ansonsten klar, wenn wir über 1,076 rausziehen, diesen Widerstand hier auflösen, und der Markt hier sozusagen weiteres Momentum entwickelt, dann könnte es hier einen kleinen Pullback geben, sozusagen vielleicht auch an dieses Level. Und dann wäre aber auch der Weg nach oben frei. Man muss immer wieder Plan B im Kopf haben, meine lieben Zuschauer. Man muss immer wieder auch berücksichtigen, dass der Markt hier keine Einbahnstraße ist und dass es eben hier durchaus auch entgegen möglicher Widerstand immer wieder Movements geben kann mit Durchbruch markanter Marken. Und die haben wir hier zum Beispiel beim Austral-Dollar gegenüber dem Neuseeland-Dollar. Und da wollen wir mal sehen, was da passiert. Im Intraday-Shart, das schauen wir uns noch kurz an. Heute, wie gesagt, ein sehr negatives Pattern. Obwohl die Kerze ja schon bullisch ist, die sehen Sie ja schon. So, jetzt muss ich mal sehen, dass ich das mal hier mal aufrufe, damit ich Ihnen das auch zeigen kann, das Pattern. Auch viele Erscheinungen, wenngleich das zweite Pattern hier mit 46 Wiederholung nicht ganz so stark ist. Aber es wurde heute oragelt, dass wir sogar keine neuen Hochs machen. Da sind wir aber schon deutlich drüber gelaufen. Und das zeigt eben auch, dass die Fuzzi-Vektor-Logik hier nicht immer richtig liegen kann oder auch nicht richtig liegen wird. Sie sehen es auch hier an der Hand der prozentualen Trefferquote. Die ist nur knapp über 60 Prozent und hat sich im Prinzip auch heute schon erledigt, da wir neue Tageshochs gemacht haben. Die Tiefs, wie gesagt, von 1,063, das wäre hier dieser Bereich, die liegen in weiter Ferne. Da müssten wir auch die letzten Tage komplett korrigieren. Das scheint nicht möglich, aber es soll eben nur unterstreichen, dass auch die Fuzzi-Vektor-Logik kein heiliger Kral ist und eben auch hier immer wieder berücksichtigt werden muss mit Einklang des Shards. Wir brauchen insofern gar nicht in den Stunden-Shard gehen. Aber ich wollte es Ihnen einfach nur zeigen. Wie gesagt, Austral-Dollar, Neuseeland-Dollar. Auch wenn heute der bärische Bias bei der Fuzzi-Vektor-Logik nicht geklappt hat im Intraday-Modus sozusagen, dann sieht das auf Tagesbasis durchaus interessant aus, solange der Ausbruch auf der Oberseite nicht erfolgt. Geht es fundamental hier weiter zugunsten des Austral-Dollars, dann brechen wir hier mit Sicherheit aus. Also insofern eine interessante Chance, den oder das Währungsparfie mehr mal genauer zu beobachten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre es gewesen für heute. Und insofern wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Handelstag. Wenn Sie mögen, hören wir uns spätestens morgen wieder, beziehungsweise heute Nachmittag gibt es auch noch das eine oder andere Webinar. Informieren Sie sich auf unserer Website. Unter Webinare lassen Sie sich registrieren. Dann verpassen Sie nichts mehr an dieser Art. Und insofern wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Ihr Chris Kemmerer. Und Tschüss. Und dann verpassen Sie die Ausbruch.